und ja wir laufen und machen so eine komische dünenwanderung vielleicht bin ich später noch ein paar bilder ein und ja auf jeden fall sehr nice sagen es übel kalt aber ich finde es geht hier sind 20 grad oder so aber trotzdem muss ich aber kurze hose trotzdem ist dann kam leider nichts wegen fnz habe ich bisschen ja bisschen gepennt und fnz geschaut sorry aber heute kommt wieder content und ja also das weiß ist halt alles komplett nebel und ja ich würde sagen bis gleich